Hallo, ich bin Lee und heute lesen wir ein Märchen von Robert Reinig. Möchtest du auch die Hörbücher auf meinem zweiten Kanal nicht verpassen? Dann klick einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video und hol dir auch dort ein Gratis-Abo. Die Schilfinsel Es war an einem schwülen Sommertage zur Mittagszeit, da fuhr ein alter Fischer mit seiner zwölfjährigen Tochter Heller über den See, der sich vor dem Fischerdorfe zwischen Wäldern und Buchten weit ins Land hineinzog. Das Mädchen ruderte und der Alte warf seine Netze aus. So weit wie heute war der Vater noch nie mit dem Kinde hinausgefahren. Die Sonne brannte glühend heiß, die Luft war still und der See spiegelblatt. Die Hitze und die schwere Arbeit ermüdeten den alten Mann. Allmählich fielen ihm die Augen zu, sein Kopf nickte bald rechts, bald links auf die Schultern hin, und zuletzt lehnte er sich an den Bord des Karnes und schlief sanft und ruhig ein. Heller wollte den Vater nicht stören. Sie zog daher die Ruder ein und ließ das Fahrzeug auf dem glatten Wasser forttreiben. Nach und nach wurde ihr die Gegend ringsum immer fremdartiger, und endlich erblickte sie zur Seite in einiger Entfernung eine kleine Insel, die war dicht mit Schilf und Rohr und hohen Blumen bewachsen. Aber das alles sah so wunderbar aus, wie sie es nie zuvor gesehen hatte. Fremde, schöne Vögel wiegten sich still auf den schlanken Halm. Prächtige Schmetterlinge, blau, rot und goldig, flatterten um die Blüten herum, und ein leichter Wind wehte einen köstlichen Duft von den selten gestalteten Pflanzen herüber. Jetzt hörte sie auch, wie aus dem Schilfe feine, leise Töne herüberschalten, als ob Kinder dort auf kleinen Rohrpfeifen bliesen. Das klang so lieblich in der stillen Luft. Wie muss es da drinnen unter dem kühlen Schatten herrlich sein, dachte Hella. Und wir mögen nur die Leute sein, die da auf den Pfeifen blasen. Vielleicht sind es Fischerkinder so wie ich, es wäre doch lustig, sie kennenzulernen. Gar gerne wäre das Mädchen hingefahren, doch sie wagte es nicht, den Vater zu wecken, und ohne seinen Willen wollte sie es nicht tun. Aber die Töne wurden immer voller und lockender. Hella konnte sich nicht satt daran hören. Nur das Schnarchen des Vaters störte sie. Freilich war es ein Zeichen, wie fest er schlief. Der Wunsch, nur noch etwas näher an die Insel heranzurudern, wurde immer mächtiger in dem Kinder. Ich tue es, sprach sie endlich für sich. Der Vater schläft so fest, er wird ja nicht davon aufwachen. So sacht wie möglich schob sie die Ruder wieder ins Wasser hinaus, um zur Insel hinzufahren. Aber ehe sie sich's versah, glitt ihr das eine Ruder aus der Hand und fiel mit Gepolter in den Kahn. Der Alte wachte auf, verschlafen rieb er sich die Augen. Dann sah er sich um und horchte. Und er wird's wählen, das ist ja die böse Insel, rief er plötzlich ganz bleich vor Schrecken. Halt dir die Ohren zu, Hella, halt dir die Ohren zu, liebes Kind. Die Nixen, wenn die Nixen ihre Lieder zu singen anfangen, dann bist du verloren. Dabei riss er ihr die Ruder aus der Hand. Das Mädchen erschrak, sie wusste nicht, was des Vaters Worte bedeuteten. Doch tat sie, wie er befohlen. Mit aller möglichen Kraft wendete der Fischer rasch den Kahn um und ruderte so kräftig, dass das leichte Fahrzeug wie ein Pfeil über das Wasser dahinschoss. Bald waren sie auch wieder weit von der Insel weg und die Töne verhalten in der Ferne. Erst als nichts mehr davon zu hören war, erlaubte der Fischer seiner Tochter, die Hände von den Ohren zu tun. Was war das denn für ein prächtiger Blumengarten, den wir da eben gesehen haben, Vater? Und wer hat darin so harrlich geblasen? fragte Hella. Ach, wie klang das doch so schön, so wunderschön! Der Alte hatte im Rudern nachgelassen, um sich von den schweren Anstrengungen zu erholen. Nachdem er tief atemgeschöpft, sprach er, »Kind, Kind, denk nicht mehr an das, was du gesehen und gehört hast. Dank du Gott, dass wir der bösen Gefahr entkommen sind. Der Garten, den du geschaut hast, das war die böse Schelfinsel. Da sitzen am Tage die Nixenkinder darin und locken mit ihren Rohrflöten die Fischerkinder zu sich hin. Und dann singen sie ihnen nachher ihre Lieder vor. Und wenn die armen Menschenkinder die Lieder hören, wird es ihnen schwer, sie wieder zu vergessen. »Wenn die Lieder aber hübsch sind, Vater, was ist denn so Schlimmes dabei?« fragte Hella. »Ach, wie dumm du da nur wieder fragst!« sprach der Alte. »Sehr Schlimmes ist dabei, sehr Schlimmes! Wer die nächsten Lieder nur einmal in seinem Leben gehört hat, der mag sie auch gern singen. Und wer sie singt und ist dann gerade auf dem See, der muss ins Wasser hinunter. Er mag wollen oder nicht.« Hella wollte noch mehr darüber fragen, aber der Vater rief, »Denk nicht mehr daran, ich befehle es dir! Denk nicht mehr daran!« »Und was ich dir allen für allemal sage, dass du dich nie unterstehst, nach der Insel zu fahren. Wenn du es tust, so bist du verloren auf Lebenszeit. Und dass du auch keinem Menschen sagst, dass wir im nächsten Revier gewesen sind und die Insel gesehen haben, das bringt uns bei den Leuten in böses Gerede. Und jetzt kein Wort mehr darüber.« Hella schwieg, sie kannte ihren Vater, er war ein heftiger Mann und sprach nicht gern mehr, als notwendig musste. Aber immer und immer wieder kamen mir die hübschen Melodien in den Sinn, die sie noch eben gehört hatte. Unterdessen waren sie bei der Fischerhütte angekommen und Vater und Tochter stiegen ans Land, banden den Nachen an seinen Pfahl und trugen Fische, Netze und Ruder schweigend ins Haus. Kurze Zeit darauf starb der alte Fischer. Auf seinem Totenbette hatte er Hella noch einmal vor der bösen Insel gewarnt und sie hatte ihm versprechen müssen, niemals dahin zu fahren. Das verwaiste Mädchen wurde nun von anderen Fischersleuten an Kindesstadt angenommen und hielt sich in deren Hause brav und fleißig, freundlich und gut wie früher, sodass alle Leute im Dorf sie lieb hatten. Nur beim Fischen war sie nicht mehr so eifrig wie sonst. Und das kam daher, weil die Neugierde, die verbotene Insel doch noch einmal zu sehen, ihr keine Ruhe ließ. Übrigens sprach sie mit niemandem darüber. Wohl ein Jahr war vergangen. Da war Hella wieder einmal ganz allein zum Angeln hinausgefahren. Schon geraume Zeit war sie umhergerudert und hatte fast gar keine Fische gefangen. Wie sie nun fortwährend so ins Wasser niedersah, bemerkte sie, wie neben dem Kahn einige schön duftende Blumen daher schwammen. Sie fischte davon heraus, was sich mit der Hand ergreifen ließ, und betrachtete die Blüten mit großem Wohlgefallen. Die sind gewiss von der Schilfinsel, sprach sie für sich. Ach, wer da hin könnte, aber ich darf ja nicht, sagte sie nach einer Weile und sah traurig in die Ferne. Dann angelte sie weiter fort, aber kein Fischbiss an. Da kam ein großer Schmetterling durch die Luft geflogen, blau, rot und goldig, und er setzte sich auf die Blumen, die dem Kinn dem Schoß lagen. Der ist gewiss von der Schilfinsel, sprach sie wieder. Ich möchte doch für mein Leben gern einmal dorthin fahren, aber es geht ja doch nicht an, rief sie nach einer Weile und die Tränen traten ihr in die Augen. Sie nahm die Schürze vors Gesicht und weinte still vor sich hin. So saß sie längere Zeit und sah und hörte nichts. Da rauschte plötzlich etwas über ihrem Kopfe, und als sie aufsah, hatte sich vorn auf die Spitze des Nachens ein prächtiger Vogel hingesetzt. Der sah sie mit klugen, blanken Augen an und zwitscherte dabei mit so feiner Stimme, als wolle er ihr allerlei Geheimnisse erzählen. Du kommst von der Schilfinsel, das sehe ich dir an, sprach Heller. Du liebes Tier, ach, wie schön ist alles, was von daher kommt. Nur ein einziges Mal sehen, möchte ich die nächsten Kinder, von denen der Vater sagte, dass sie so böse wären. Ich kann's mir gar nicht denken. Wüsste ich nur den Weg dahin, aber ich könnte ihn allein nicht wiederfinden. Da hob sich der prächtige Vogel mit seinem glänzenden Gefieder in die Luft und schwebte langsam um die nächste Waldecke. Er wollte mir den Weg zur Insel zeigen, sprach das Mädchen. Ich muss doch sehen, wo er geblieben ist. Sie ruderte ihm nach. Schon war sie nah an der Waldecke, als sie hörte, wie daheim in ihrem Dorfe die Kirchenglocken läuteten. Das klang so ernst und feierlich und erinnerte sie an ihren verstorbenen Vater und an ihr Versprechen, niemals zur Insel hinzufahren. Sie hielt mit dem Rudern an. Jetzt hob sich aber auch der Schmetterling von ihrem Schoß und flog ebenfalls um die Waldecke. Heller sah ihm traurig nach. Der ist nun auch fort, rief sie. Da will ich denn die schönen Blumen auch nur fortwerfen. Sie helfen mir ja doch nichts mehr. Sie warf die Blumen in den See und auch sie schwamm denselben Weg, den der Vogel und der Schmetterling genommen hatten. Statt aber nun gleich ihren guten Vorsatz auszuführen, statt umzukehren und nach Hause zu fahren, ließ sie sich von einer sträflichen Neugierde betören. Sie wollte ja nur bis zur Waldecke fahren, um zu sehen, wo der Vogel, der Schmetterling und die Blumen geblieben wären. Dann kehre ich auch gleich um, sagte sie und will nie, nie wieder an die Insel denken. Mit eiliger Hast ruderte sie vorwärts, bis sie jenwaldigen Vorsprung erreicht hatte. Und siehe, da lag vor ihren Blicken das Zaubereiland in voller Pracht da. Sie erschrak, sie wollte umkehren und konnte doch nicht. Es war, als ob sie keine Kraft mehr in den Armen hatte, die Ruder zu führen. Schon klangen wieder die Flötentöne aus dem Schilf herüber. Aber die Kirchenglocken im Dorfe verstummten. Sie hätte auch jetzt nicht mehr darauf geachtet. Der Vater, ihr Versprechen, alles war vergessen. Ihr Gewissen schwieg, sobald sie die lockenden Töne vernahm. Ich muss hin, ich muss hin, rief sie. Mag daraus werden, was will. Neue Kraft belebte sie wieder. Mit allem Eifer ergriff sie die Ruder und die Tiere und die schwimmenden Blumen waren auch wieder da und flogen und zogen dem Nachen voran, der wie von unsichtbarer Macht getrieben über das Wasser dahin flog, als ob er selbst ein Vogel wäre. Bald hatte sie das schattige Eiland erreicht und sprang aus dem Nachen auf die farbigen Kiesel des Ufers. Mit klopfendem Herzen schlüpfte sie nun durch die schlanken Schilfhalme, die wie hohe Palmen über ihrem Kopf zusammenschlugen. Und bald hatte sie eine lichtere Stelle erreicht. Da saßen sie, die Nixenkinder, unter den schattigen Blumenbüschen und bliesen auf ihren Rohrpfeifchen. Die Kinder waren schön mit blonden Locken und leuchtenden dunklen Augen. Sie lachten das Fischermädchen freundlich an, als sie aus dem Schilfe hervortrat und bliesen ruhig weiter. Ella legte sich vor ihnen ins Gras und hörte zu und es war ihr, als müsste sie immer da bleiben. Als aber die Sonne herabsank und schon nah am Untergehen war, da hörten erst die Nixenkinder aufzublasen und sprachen zu ihr, Ella, jetzt besteige wieder deinen Nachen und fahre nach Hause, damit deine Pflegeeltern nicht schelten, wenn du zu spät kommst. Und morgen kommst du hübsch wieder. Da wollen wir dich den Ringel reinleeren und dir unsere Lieder vorsingen. Das wird dich freuen. Ella tat, wie ihr geheißen war, bestieg den Nachen und fuhr heim. Sie war ganz glücklich über das, was sie erlebt hatte. Erst als sie sich ihrem Dorfe näherte, fiel es ihr mit einem Mal schwer aufs Herz, was die Pflegeeltern wohl sagen würden, dass sie so lange ausgeblieben sei und keine Fische mitgebracht habe. Mit traurigem Blick schaute sie auf die Netze zu ihren Füßen herunter und was sah sie? Da sprang und wimmelte es in den Netzen von den schönsten Fischen. Die hatten die Nixen ja heimlich hineingetan. Beruhigt stieg sie ans Land. Wie aber die Irigen die vielen Fische sahen, die sie mitbrachte, freuten sie sich und sie fragten nicht weiter nach, wo sie so lange geblieben wäre. Sie glaubten sicher, das Kind habe all die Fische selber gefangen. So fuhr nun Hella jeden Nachmittag zu der schönen Insel und brachte dort immer mehrere Stunden zu. Das Fischen verlernte sie fast ganz. Sie brauchte es ja nicht. Ihre Netze wurden auch ohne das jedes Mal von den Nixen mit Fischen angefüllt. Wie waren die Kinder freundlich und zutraulich zu ihr geworden. Sie lehrten sie allerlei hübsche Spiele, tanzten mit ihr den Ringel rein und sangen ihr Lieder vor, die klangen so schön, so wundervoll, dass Hella sie gar nicht mehr aus dem Sinn bekommen konnte. Fing aber der Tag an, zur Neige zu gehen, und die Sonne senkte sich den Bergen zu, da trieben die Nixen jedes Mal mit einer Art Unruhe ihren Gast an, doch nur ja schnell heimzukehren, ehe die Dunkelheit anbreche. Nun wurden die Abende aber immer schöner, denn es war die Zeit des Vollmondes. Gerne wäre Hella bei ihren Besuchen noch etwas länger auf der Insel geblieben, aber nach wie vor duldeten die Kleinen es nicht und taten gar geheimnisvoll, wenn sie fragte, warum sie denn nicht länger bleiben dürfe. Das machte das Mädchen neugierig, und sie beschloss, der Sache auf die Spur zu kommen. Den anderen Tag, als sie wie gewöhnlich zur Insel gefahren war und die Zeit der Abfahrt herankam, nahm sie, wie sie es immer zu tun pflegte, von den Kindern Abschied und bestieg, nachdem sie durch die Schilfhecken geschlüpft war, ihren Nachen. Aber anstatt gleich nach Hause zu rudern, lenkte sie den Kahn leise in eine Bucht der Insel, wo sie durch die Blumenbüschel hindurch sehen konnte, was die nächsten Kinder vornehmen würden. Mit angehaltenem Atem saß sie in ihrem Schifflein da und lauschte. Die Sonne ging unter, der Vollmond trat klar hinter dem Walde hervor und wie seine glänzenden Strahlen über den See fielen, da wurde das Wasser plötzlich ganz durchsichtig und oh Wunder, was erblickte sie da, wie lauter Silber und Edelgestein schimmerte und flimmerte es auf dem Grunde des Sees herauf und was da so schimmerte und flimmerte, das waren lauter Bäume und Pflanzen und die waren noch viel wunderbarer anzuschauen als alles, was sie bisher auf der Insel gesehen. Aber mitten unter den silbernen Bäumen stand ein großes, perlmutternes Schloss, ausgelegt mit roten Korallen und farbigen Muscheln und bei dem Schloss stand ein Turm, der war von dem klarsten durchsichtigen Bernstein erbaut, wie man ihn nur an den Ufern des Meeres zu finden pflegt. Und in jedem Stockwerk des Turms hing eine große Glocke von reinem Kristall. Das war ein Anblick. Heller sah und sah und konnte sich nicht satt sehen daran. Jetzt schien der Mond alle Kristallglocken des Turmes an zu läuten. Das schien ein Zeichen für die Kinder auf der Insel zu sein. Noch einmal tanzten sie nach dem Takte der Glocken ihren Klingeltanz und sagten dazu Es ist Zeit, es ist Zeit ins Wasser schnell, auf Erden wird's dunkel, im Wasser hell. Und dann sprangen sie alle zusammen in das stille Wasser hinunter. Heller sah ihnen staunend nach und erstarrte fast vor Schrecken über das, was sie jetzt erblickte. Dieselben Kinder, mit denen sie noch eben gespielt, waren im Wasser in ganz andere Geschöpfe verwandelt. Zwar hatten sie noch immer die lieblichen Gesichter mit den blonden Haaren und den schwarzen Augen, aber ihre Leiber waren jetzt mit Schuppen bedeckt. Und statt der Beine hatten sie garstige Fischschwänze mit breiten Flossen bekommen. Die mauen Mädchen lief ein Grausen über das Herz, als sie das erblickte. Sie wagte es nicht, sich in ihrem Karne zu rühren. Sie fürchtete, die Nixen da unten könnten sie bemerken und sie zu sich hinunter ziehen. Erst als der Mond hinter die Wolken trat und der See im Abend Winde Wellen schlug, sodass der Blick in die Tiefe getrübt wurde, wagte es heller, nach Hause zu rudern. Ganz blass vor Schrecken über das, was sie erlebt, kam sie bei den ihrigen an. Als man sie fragte, was ihr fehlte, sagte sie, sie wäre krank und ging zu Bett. Da fiel ihr nun alles ein, was sich seit jener Fahrt, wo sie zuerst die Schilfinsel gesehen, mit ihr begeben hatte. Und unter heißen Tränen bereute sie nun ihre böse Neugier, ihren sträflichen Ungehorsam. Seit dieser Nacht fuhr sie nie mehr nach der bösen Insel hin. Und wieder war ein Jahr verstrichen. Heller zeigte sich in Gegenwart anderer Leute fleißig und gut wie früher. Zwar füllten sich ihre Netze nicht mehr von selbst an, sie musste tüchtig arbeiten, um Fische zu fangen, aber sie tat es gern. Sie hoffte, ihr früheres Vergehen wieder durch Arbeitsamkeit gut zu machen. Nur wenn sie allein war und sich von niemand belauscht glaubte, konnte sie nicht widerstehen. Da gab sie sich nach wie vor den Gedanken an die wundervolle Zauberinsel hin, statt dass es doch ihre Pflicht gewesen wäre, mit aller Kraft auch die leiseste Erinnerung daran, zu unterdrücken. So sang sie, wo sie nur irgend konnte, jene Melodien leise vor sich hin, die sie von den nächsten Kindern gehört hatte. Nur auf dem See tat sie dies nicht. Nun begab es sich, dass einmal im Dorfe an einem schönen Samstagabend die Fischer Buben und Fischermädchen auf dem freien Platz am Ufer saßen. Die Burschen schnitzten an ihren Rudern und Angeln die dirnstrickten Netze und alle vertrieben sich dabei noch außerdem die Zeit gar anmutig, indem sie sich abwechselnd einander Geschichten erzählten und Lieder vorsangen. Hella pflegte bei solcher Gelegenheit, gewöhnlich auf einem großen weißen Stein zu sitzen, der rings vom Wasser umspült, nicht weit vom Ufer aus dem See hervorragte. Auch heute saß sie wieder da. Es hörte sich von dort aus der Gesang der anderen so hübsch an. Nun hatten die jungen Mädchen untereinander abgemacht, dass jede von ihnen der Reihe nach ein Lied singen müsse. Die älteste zuerst und sofort bis zu der jüngsten unter ihnen. Und das war Hella. Da gab es viel Schönes zu hören und über dem Singen war es spät geworden. Die Sonne war bereits hinter dem Walde unter gegangen. Schon hatten die übrigen ihre Lieder beendet und jetzt kam die Reihe an Hella. Alle waren begierig sie zu hören, denn sie wusste die meisten und schönsten Lieder und trug sie mit so lieblicher Stimme vor wie abschlagen blume 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 sehen die von den wellen an den stein herangespült wurde. Sie griff danach und indem sie die blume immer und immer wieder betrachtete versank sie ins nachdenken und vergaß alles was um sie her vorging. Singe doch Hella riefen die Mädchen es wird spät und bald ist Zeit zur Ruhe zu gehen. Hella achtete aber noch immer nicht darauf. Sie sah nur in die Blume hinein die sie in den Händen hielt. Plötzlich richtete sie sich hoch auf und mit klarer Stimme dass es weit über den See durch die stille Nacht hinschallte sagte sie Es ist Zeit Es ist Zeit ins Wasser schnell Auf Erden wird's dunkel Im Wasser hell Und wie sie das gesagt hatte glitt sie von dem Stein hinunter und stürzte in den See In demselben Augenblicke streckten sich weiße Kinderarme aus den Wellen herauf und zogen sie in den Abgrund zu sich nieder Aus der Tiefe aber klang es herauf als ob viele Stimmen denselben Vers mit heller Stimme nachsagten bis er endlich im Rauschen der Wellen verhalte Was war das riefen die Mädchen und die Burschen eilten an den Strand um der herabgestürzten nachzuspringen damit sie sie retteten Aber ein alter 80-jähriger Fischer der auch hinzugetreten war sprach Lasst gut sein Kinder Ihr rettet sie nicht mehr Heller ist von den Nixen herabgezogen Ich war dabei als ihr Vater auf dem Sterbebette sie warnte ich habe gehört wie feierlich sie ihm versprach sich nicht mit den falschen Kindern des Sees einzulassen sie folgte ihrem Vater nicht und jetzt leidet sie die Strafe dafür Und nach drei Tagen spülten die Wellen den toten Körper des armen Fischermädchens ans Ufer Das war das Märchen von der Schilfinsel Wenn's dir gefallen hat würde ich mich freuen wenn du auf den Daumen hoch klickst und du das Hörbuch mit jemandem teilst Wenn du magst hören wir uns morgen hier oder auf meinem anderen Kanal lies Einschlaf Geschichten wieder Aber jetzt Schlaf gut